Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde World of Warcraft von Blizzard Entertainment, Potsdam in the World of Ikea, auf dem Privatserver Rising Cots, hier in Unterstadt. Den da, ah nein, komm mal zurück, genau so, den da will ich. Künderbaltasat ruft zu den westlichen Pestländern. Ja, das wollte ich mir noch holen, das gibt es in jeder Hauptstadt. Das hatte ich nebenbei noch gesehen. Nein, zu dem wollen wir noch gar nicht. Wir drehen eine kleine Runde und reiten dann hier runter ins Apothekarium rein, geben dort mal die Quests ab und hoffen, dass wir da noch die restlichen Quests machen können. Patrick Garrett, das ist auch eine Ulderman-Quest, sollte eine sein, hoffentlich, wenn ich es nicht verwechsle. Da gucken wir mal, wie werden wir hier unten kommen mit den Quests. Sollen wir dann Quantengespränge hinmachen oder ob wir dann den Juve gleich hinten dran klemmen? So, hier müssen wir noch eine Probe besuchen. Boah, nee, jetzt mach kein Mist. wieder nicht. Das ist ja widerlich. Das ist wieder nicht. Jetzt haben wir es endlich. Damit haben wir das raus, das raus und was passiert, wenn ich jetzt hier weitermache? Aha. Jetzt kriege ich gleich die Proben raus. Aha. Da stand mal kurz eine 6. 4. Mhm. Achso, ja, weil es hier 5 Proben sind und hier Schleimproben. Schleimproben. Ja, aber wir geben die mal vorsichtshaber gleich ab, bevor hier noch irgendwas passiert. Was benötigt ihr? Feldtest-Set. Da hast du... 47 Silber, 65 Silber, 10 Stärke. Unsere Zeit wird kommen. Ja. Ähm. Ach, das war ne ganz andere. Kehrt's Opethikerin Zinge zurück. Das war das andere Feldtest-Set. So, dann probieren wir mal den hier. Nee. Probieren den hier. Jawoll, Nummer 1. Darf ich noch mal nur 15 dabei, Mensch? Äh. Ich will nicht schon wieder hin, Unguro-Kader. 2. 2. Das ist jetzt aber ungünstig. 3. Das ist schon besser. Robuster Eisenschläge hier. Arme pack mal raus. Pack mal da hin. Bitte, bitte, bitte. Noch einen. Ähm. Äh. Ihr könnt mich aber auch reizen heute. Mano. Vier. Ja, ein paar Chancen haben wir noch. Und vier. Jawoll. Mann. Jetzt. Jawoll. Fünf. Raus mit der Sprache. Nee. Ja, mit der Quest. Oder zurück mit der Quest. Da hast du. Nee, bin ich nicht. Jetzt bin ich stinkig. So, hier geht's weiter. Da hast du. Na, dir vor allem schon gar nicht. Ich weiß. So, was gibt's hier? Ring des Chemikers. Kannst du behalten. 73 Silber. 96 Silber. 3 Beweglichkeit. 12 aus. Da. Ich kriege Crit. Nee, ich verliere Crit. Ich verliere Starke. Lebe wohl. Hehehe. Beim besten Willen nicht. Jo, lebe wohl. Ach, er hat mir gleich alles rausgenommen. Das ist auch wieder schön. Haben wir hier irgendwo einen Verkäufer? Nein, haben wir nicht. Hier haben wir alle Quests raus. Das ist schön. Dann reiten wir jetzt noch zum Paladin-Lehrer. Der ist hier oben drüber. Die Untoten haben nämlich auch einen. Steht jetzt Niederstand einer um? Donnerfetz glaube ich nicht. Orgrima steht auch einer um. Und ja. Ihr hattet ja auch noch Quests. Ach man, da geht's auch wieder ÖPL, WPL. Die kann ich nicht alle annehmen. Das geht nicht. Das muss ich mir merken. Ja, war ich und merken. Ja, aber die 14 Quests brauchen wir frei. Die wiederere Elixir müssen wir auch noch machen, die Quests da hier. Guck mal hin hier. Der hat schon wieder drei. Welches Glück soll ich noch zu bringen? Ja, die hat zwei. Champions der Bungie-Königin. Das ist alles ÖPL, WPL. Was hast du denn zum Bollwerk? Ist auch WPL. Bäh. Erlösung 5. Erlösung, Rang 5. Wo war's? Erlösung, Rang 5. Ja, ist drin. Exorzismus, Rang 6. Zeichir, Rang 6. Heiliger Zorn, Rang 2. Wieso habe ich den noch nicht draußen? Nee. Oh. Schwachkopf. Schwachkopf. Jo, das kannst du wohl laut sagen. Dann muss das da hin. Das da hin. Dass wir in der Reihenfolge gleich bleiben. Sondieren. Sondieren. Keinen auf die Null. Und das Angegen kommt dann hier runter. Jo, machst du richtig. Ähm. What? X100. Heiliger Zorn, Rang 2. Mann, heiliges Licht, Rang 8. Rang 9. Segen der Weisheit, Rang 6. Ja. Großer Segen der Weisheit haben wir alles noch nicht draußen. Weiher, Rang 5. Heiliges Licht. Immer gut, dass ich es hier kontrolliere. Aura. Großer Segen der Könige. Hammer des Zorns, Rang 3. Da unten ist er. Segen der Macht. Großer Segen der Macht. Und Aura des Kreuzfahrers. Jawoll. Damit haben wir alles. Und was war's? 50 gehen her. Portokasse. Schwachkopf. Schwachkopf. Jawoll. Und wir sehen uns gleich mit gefüllten Taschen. Ich hol die Edelsteine aus der Bank. Und dann sehen wir uns in Silbermond. Quantensprung. So, jetzt sind wir hier in Silbermond. Unten bei der Juwelärerin. Wir machen das ganz einfach. Ich stelle her. Ihr guckt zu. Nein, aber ihr müsst euch nicht alles angucken. Ihr könnt vorspulen. Und ich mache auch das so, dass ich nebenbei ein bisschen was erkläre. Und das Herstellen dann in einem Zeitraffer darstelle. Also es geht los. Also es geht los. Und dann sehen wir uns so. Und dann sehen wir die Teilnahme. Und dann sehen wir uns dann ein bemerkbar. So, die Ringe, echt super Ringe der Heilung haben wir schon mal hergestellt. Jetzt können wir direkt bei der Trolla Diamantenring lernen. Brauchen wir aber noch nicht. Wir bauen jetzt weiter einfach die Opal-Ringe. Opale brauchen wir dann nicht mehr. Es geht weiter. Arr. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen, Dankeschön. Ich räume das Inventar noch auf und wir sehen uns dann in der nächsten Folge in Ferrales zum wiederere Elixir. Und wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns dann dort wieder zu einer neuen Runde Word of Warcraft von Blizzard Entertainment, Patchtime, Wurdlecare von PrivatZucker Rising Cuts. Bis dahin, auf Wiedersehen und Schleswigowski!